Ja, liebe Freunde, vielen Dank fürs Einschalten zu diesem kleinen kurzen Infovideo. Ich habe vor, dass ich euch heute mal die PS5-Version vom F1 Manager 2022 zeigen möchte. Grund ist einfach der, dass ich selbst am Anfang sehr, sehr unsicher war, welche Version ich eigentlich kaufen soll. Und ich habe mir tatsächlich dann beide gekauft. Ich habe ganz am Anfang im Release die PC-Version gespielt. Die habe ich dann auch genutzt, um eben dieses Let's Play aufzunehmen, das es am Kanal gibt. Und habe mir dann aber gedacht, naja, eigentlich wäre es ziemlich gemütlich, einfach auf der Couch zu liegen, das Rennen anzuschauen und zwischendurch ein bisschen was zu managen. Und tatsächlich habe ich dann für nochmal 50 Euro die PS5-Version gekauft und muss sagen, dass ich die Steuerung so gelungen fand, dass ich dann eigentlich bei dieser Version geblieben bin. Also ich habe die PC-Version dann tatsächlich nur noch fürs Let's Play genutzt und nicht mehr fürs private Zocken. Und habe mir deswegen gedacht, ich mache mal so kurz ein Video, wo ich euch zeige, wie die Steuerung auf der PS5 denn so funktioniert, was denn so für Unterschiede sind und, und, und. Oben seht ihr meinen privaten Save, den habe ich gerade neu begonnen mit Aston Martin. Also ist jetzt nichts Aufregendes, hat Lance Stroll mal mit Landon Norris ersetzt und mit Landon Norris auch gleich mal den ersten Punkt eingefahren. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal auf die Steuerung ein. Ja, man sieht hier unten, Alter, jetzt habe ich mich verklickt. Jetzt bin ich, jetzt bin ich bei R2 angekommen. Großartig. Peinlich. So, ich lade nochmal kurz. Ja, ja, ja. So. Also Ladezeiten sind auch okay. Natürlich wollte ich ruhig nur das zeigen. Nein, sind wir schon wieder da. Aber sobald du auf die R2-Taste drückst, startet das Rennwochenende jetzt in dem Fall. Dementsprechend war das gerade ein bisschen peinlich. So, wir sehen hier mal rechts unten die Möglichkeit, oder gehen wir mal vielleicht auf den Startscreen ein. Da können wir einfach direkt mit den Steuerungstasten oder Richtungstasten herumspringen und dann so wie hier zum Beispiel auf Landon Norris gehen. Und ja, oben diese ganzen Tabs, die man hat, die kann man mit R1, L1 durchsteuern. Das geht auch relativ gut und einfach von der Hand. Finde ich ganz gemütlich. Und dann gibt es immer wieder so Zusatzfunktionen, wie hier zum Beispiel, dass man Fahrer vergleichen kann. Also ich mache mich mal kleiner. Fahrer vergleichen kann links unten. Da klickt man einfach auf Vierck. Das heißt, da muss man halt so ein bisschen Ausschau halten nach diesen Buttons, wenn sie dann irgendwo zusätzlich stehen. Ansonsten kann man mit dem Menü hier einfach mit R1 und L1 durchschalten und dann kommt man in die unterschiedlichen Bereiche. Das heißt, das geht sowieso sehr, sehr einfach. Aber ich glaube, dass ihr das ja auch erwartet habt, dass wenn man da hier einfach durchs Menü schaltet, das nicht sonderlich kompliziert wird. Wo ich skeptisch war am Anfang ist, wie gut ist die Steuerung beim Rennen selbst. Und deswegen können wir jetzt einsteigen und zwar ins Training von Miami. Damit ich euch das hier einfach so ein bisschen zeigen kann. Ich überspringe das gleich. So, hier nach wie vor alles mit R1 und L1 zum Durchschalten. Geht ganz einfach. Und ja, ich werde jetzt hier mal kein Setup einstellen, weil es grundsätzlich nichts Aufregendes ist. Also wir sehen hier, wir können einfach jeden einzelnen Bereich anklicken, stellen ein bisschen was ein. Und mit X klappen wir das auf, mit Kreis klappen wir es zu, mit Kreis kommen wir wieder zurück. Geht alles sehr, sehr einfach. Wenn ihr das dann eingestellt habt, könnt ihr ins Training gehen. Da habt ihr wie immer die Möglichkeit. Inhaltlich unterscheiden sich die Versionen gar nicht, was ich so mitbekommen habe. So, das heißt, wir können hier einfach reingehen. Und jetzt haben wir eigentlich schon die erste Variante. Man kann hier unten auf 4 gehen und dann springt man automatisch in diese Steuerung rein. Und zwar ist es eben so, dass ich quasi, und das finde ich ganz cool gemacht, mit L1 springe ich zu Vettel, mit R1 zu Norris. Das heißt, mit den beiden Schultertasten kann ich zwischen den beiden Fahrern herumspringen. Finde ich relativ cool gelöst. Mit Viereck springe ich in die Mitte, das ist die Zeitsteuerung. Soweit, so gut. Mit R3 springe ich auf diese Ansicht, das heißt auf die Karte einfach. Und dann kann ich mit dem rechten Stick, sobald der Fahrer unterwegs ist, schicken wir mal Lennon Norris raus. So. Sobald der Fahrer unterwegs ist, das sollte jetzt in Kürze passieren, ist jetzt gerade ein Bug. Achso, ne, ich habe nur noch nicht auf... Auf Play sollte man aufdrücken. So, jetzt schicken wir beide nacheinander raus, das ist vielleicht nicht optimal. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie einen Unfall bauen, aber okay. So, der Sound ist gerade relativ laut. Ich mache es noch kurz ein bisschen leiser, damit ihr mich auch noch besser quatschen hört. Falls ihr das wollt. So. Also, man sieht es jetzt fahren. Man kann mit dem rechten Stick die Kamera durchschalten, was ich ganz cool finde. Und was ich genial finde, jetzt sind wir bei Vettel, ist, ich kann mit R1 auf Norris springen, kann optisch bei Vettel bleiben, kann aber alles für Lennon Norris einstellen. Und wenn ich nochmal R1 drücke, springt er die Kampen mit der Kamera. Das heißt, mit einem Doppelklick auf die Schultertasten, L1, R1, kann man zwischen den Fahrern herum springen. Und es behält auch die Kameraeinstellung bei. Finde ich auch sehr, sehr nett. Sobald man auf die vierfache Geschwindigkeit geht, schaltet er oben auf die Map. So, was gibt es sonst noch? Man kann mit der mittleren Taste, ich weiß nie, wie die heißt auf der Playstation, mit der großen auf jeden Fall, links oben seht ihr neben dem Spitzenreiter die Form, kann man hier einfach einsteigen. Ich gehe mal hier auf, damit das nicht so laut ist. Gehe mal hier einfach rauf, dann kann man hier automatisch einfach mit rechts, links, alles mögliche durchschalten, mit Kreis wieder rausgehen. Und rechts oben sieht man mit R2, L2, kann man durch diese Sachen hier durchschalten. Das heißt, die Strategie wechseln, man kann sich die Statistiken anschauen. Es ist überall einfach erklärt und mit der Zeit hat man die Tasten sowas von drin. Also ich habe jetzt schon einige Saisons gespielt und ich muss wirklich sagen, ich habe selten so eine gute Konsolenadoption gesehen. Also gerade bei einem Spiel, wo man sich denkt, dass das eigentlich auf dem PC besser zu spielen ist, komme ich mittlerweile auf der Playstation tatsächlich besser zurecht. Ja, ich glaube, dass ich alles Wichtige gezeigt habe. Das heißt, wir können hier nach wie vor alles durchschalten, können hier dann auch in die Untermenüpunkte wechseln, wo wir dann zum Beispiel bei ihm auch noch einstellen können, dass er also so eine Stallorder, dass er nicht gegen seinen Teamkollegen kämpfen soll oder sonst irgendwas. Alles ganz, ganz easy. Und ja, ich selbst muss ganz ehrlich sagen, dass das eigentlich so ziemlich mein Lieblingsspiel im 2022er Jahr war. Ich habe es jetzt auch im 2023er Jahr noch unzählige Male gespielt. Erst letztens gemütlich am Abend mit dem Flo gemeinsam auf der Couch. Da haben wir quasi jeder einen Fahrer gemanagt. Wir haben nebenbei Bier getrunken, Chips gegessen und einfach die Rennen angesehen und gemeinsam gezockt. Wenn es schon keinen Multiplayer gibt, muss man sich das Ganze halt irgendwie dazu pfuschen. Aber das so ungefähr zur PS5-Steuerung. Wenn ihr Fragen habt, bitte ab in die Kommentare. Wenn ihr selbst Erfahrungen mit der Steuerung habt, schreibt es bitte auch in die Kommentare. Ich denke mir, dass das vielleicht einigen Usern helfen könnte, die jetzt gerade selber unsicher sind, auf welche Variante sie gehen sollen. Und ja, im Endeffekt, wenn ihr Lust aufs Spiel habt, könnt ihr gerne unser Let's Play anschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das ist auf dem Kanal. Ich werde es jetzt auch noch gleich in die Playlist packen, damit es dann quasi weiterläuft, falls ihr Lust habt, reinzuschauen. Ansonsten kann ich euch das Spiel selbst nur empfehlen. Wie gesagt, ich habe es zweimal gekauft. Ich habe es dann insgesamt auch zwei, nee, drei, nee, zwei Freunden, zwei Freunden zum Geburtstag geschenkt. Also insgesamt habe ich im letzten Jahr vier Versionen gekauft und ich freue mich schon auf 2023, wo ich dann auch bestimmt ein Let's Play machen werde. Gut, jetzt sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es geholfen, wenn ihr unsicher wart, welche Version ihr kaufen sollt. Und ja, viel Spaß beim Zocken. Bis bald. Danke. Ciao.